Mein Name ist Udo Heimann und am 21. Oktober 2021 bin ich Teilnehmer des Asset Protection Kongresses und den solltest du dir nicht entgehen lassen. Was wird Teil meines Vortrages sein? Wie du deine Steuerlast halbierst oder vielleicht sogar um über 90% reduzierst? Wie du es schaffst, die eingesparte Steuer in Vermögen umzuwandeln? Wie es dir gelingt, mit der richtigen Rechtsform auch Konsumausgaben zu Betriebsausgaben zu machen? Welche Herausforderungen auf uns zukommen im Rahmen der neuen Regierungsbildung? Wie du einer Vermögensteuer, die eventuell kommen wird, entgehen kannst? Und vieles, vieles mehr. Das werden alles Themen sein hier. Ich bin seit über 25 Jahren aktiv in diesem Bereich und seit mehr als drei Jahren auch der steuerliche Head Coach des Next Level Steuer Coachings von und mit Alex Düsseldorf-Fischer. Und dort haben wir schon mehr als 5000 Teilnehmer begeistert. Sei auch du überrascht von den Inhalten im Asset Protection Kongress und ich freue mich, dich dort zu sehen.